Herzlich willkommen bei NANO. Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland steigt offenbar schneller als erwartet. Die für das ganze Jahr angenommene Zahl von 800.000 dürfte bereits erreicht sein. Dass unter den Flüchtlingen auch viele ausgebildete Ärzte gibt, sollen diese jetzt bei der medizinischen Versorgung der Flüchtlinge helfen. Nur geht das nicht so einfach. Wer in Deutschland als Arzt arbeitet, braucht eine Berufserlaubnis. In Mecklenburg-Vorpommern bietet die Uni Rostock deshalb eine spezielle Patenschaft für diese Ärzte an, damit es mit der Zulassung schneller klappt als üblich. Beispiele wie diese zeigen immer wieder, dass die Sprache der Schlüssel zu allem ist. Berlin mit seinem hohen Migrantenanzahl hat da viele Erfahrungen gesammelt. An den Schulen gibt es beispielsweise seit 1990 ein zweisprachiges Unterrichtsmodell. Wir haben eine Schule im Stadtteil Wedding besucht, wo das Modell seit 15 Jahren erfolgreich praktiziert wird. Bildungsforscher fordern übrigens schon lange einen zweisprachigen Grundschulunterricht. 2010 hatte aber gerade mal ein Prozent der Lehrer einen Migrationshintergrund. Auch in der Schweiz gibt es Kernkraftwerke. Vier Stück sind es. Aber wussten Sie, dass auch das dienstälteste Kernkraftwerk der Welt darunter ist? Es ist das AKW Betznau, keine zehn Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. 1969 ging in Block 1 der erste Reaktor ans Netz. Zwei Jahre später folgte dann in Block 2 der nächste. Allerdings sind bei einer Jahresrevision Unregelmäßigkeiten in Block 1 aufgefallen. Heißt im Klartext, ein hochsensibler Bereich dieser Anlage ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Im Januar stehen jetzt offenbar weitere technische Überprüfungen an. Bis dahin bleibt Block 1 vom Netz getrennt. Unsere Städte wachsen immer schneller. Weltweit leben bereits mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land. 53 Prozent macht ihr Anteil an der Weltbevölkerung aus. Allein in Asien kommen da unvorstellbare Herausforderungen auf die Städte zu. Nehmen wir nur mal das Abwasser, das anfällt. Das muss ja auch irgendwo geklärt werden. Aber wer will schon neben einer Kläranlage wohnen? Andererseits steckt selbst im Abwasserpotenzial, das noch ungenutzt ist. Wissenschaftler aus Darmstadt wollen das ändern. Und deshalb ist sein Forschungsteam für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Forschung nominiert. Zusammen mit zwei weiteren Teams, die wir Ihnen in dieser Woche vorstellen. Und Sie können darüber abstimmen, wer es werden soll. Bei uns im Internet, auf nano.de finden Sie alle Infos dazu. Nur noch ein Monat, dann blickt die Öffentlichkeit nach Paris zur Weltklimakonferenz. Von dort wird erwartet, dass sich die Nationen nach einem 14-tägigen Verhandlungsmarathon auf ein verbindliches Klimaabkommen einigen. Nano sendet zum Ende der Konferenz am 11. Dezember 90 Minuten live. Und Sie können dabei sein mit Ihrer Videobotschaft. Ihre Videobotschaft können Sie über unsere Homepage hochladen oder auch per WhatsApp an uns schicken. Alle Infos dazu auf nano.de. So viel von uns für heute. Morgen melden wir uns zurück. Bis dann. Tschüss.